Grüezi, mein Name ist Juli Isarim, ich bin der Inhaber der Firma Anbau einer Vertreibung GmbH hier in der Schweiz. Wir haben neu die Vertretung von Seiline übernommen, und zwar weil Seiline sehr gute komplette Systeme hat, inklusive Polyduren, Anti-Fairing und so weiter. Die Produkte sind sehr gut, die Leute sind sehr gut, das ganze Handling ist extrem gut. Wir werden uns freuen in Zukunft mit Seiline zusammenarbeiten und gute Geschäfte in der Schweiz machen können. Danke vielmals!